Es war ein Bilderbuch-Debüt. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung gegen den VfB Stuttgart erzielte dem Aray Gray bei seinem ersten Einsatz für die Werks-Elf gleich einen Trepp. Sportdirektor Simon Rolfes erwartet von dem 24-Jährigen einiges. Leverkusens dem Aray Gray feierte mit seinem Treffer gegen Stuttgart einen Trapp. Hacker Alliance, ein Zuspiel von Jeremy Frimpong auf Kerem Demirwey, dem den Ball in guter Abschlussposition vom Fuß. Doch dem Aray Gray steht genau richtig und hämmert die Kugel aus 14 Metern 5 zu zweit und der einsteigt. Und für den englischen Anreifer, den Bayer Ende Januar abmüsefrei vom Nester so tiefer berichtet hat. Der Einstammes war einer von drei Torschüssen, und Leverkusens neuer Friedrichsführer an seinen insgesamt 17 Einsatzminuten gegen den VfB abgefahren. Und ein Erfolg zu erinnern ist, das noch zuvor mit zwei Trainingseinheiten mit seinen neuen Kollegen fiel es all. Rolfes über Gray, bei ihm geht mehr, das gibt ihm Selbstvertrauen, weiß Simon Rolfes, der so gleich klar macht, dass sie in Leverkusen durchaus große Erwartungen an den früheren U21-Nationalsch. Bei ihm geht mehr, sagt der Sportdirektor trotz Grays gelungenen Debuts. Wir setzen darauf, dass er sein tolles Potenzial ausschöpft. Alle Bundesliga-Wintertransfers 2020-21 Das starke Debüt war kein blanker Zug, viel mehr hatte sich Gray intensiv auf seinen Start beim neuen Arbeitgeber. Er habe viele Spiele von Bayer 04 angeschaut. Um zu verstehen, wie das Team spielt und was der Trainer von uns als Mannschaft verlangt, erklärte Gray nach seinem Einstand. Von den drei Wintereinkaufen, neben Gray holte Bayer noch den rechten Außenbahnspieler Fremdhorn von Celtic und Abwehrspieler Thilessi Vosvenza von Manchester United, ist der 24-Jährige derjenige, der in seiner Entwicklung am weitesten. Bei ihm hat man gemerkt, dass er für die Premier League-Spiel, 133, an der kommenden Elektion, und schon erfahren hat, Urteid Rolfes, der die Qualitäten des Rechtsfußes, der am liebsten über links stürmt, so einordnet. Er hat einen guten Schuss, gutes Tempo, er bringt viele Dinge mit. Bayer erhofft sich mehr Rotation, mehr Frische, und auch mehr Leistung kann Gray wie auch der 20-jährige Fremdhorn, der sowohl Rechtsverteidiger als auch Rechtsaußen spielen kann, die ersten kurzen Eindrücke bestätigen, besitzt Bayer jetzt die notwendigen Alternativen auf den Flügelpositionen. Für die Trainer Peter Boos bislang mit Leon Bielen, Moussa Diaby und Karim Belarabi nur drei Akteure mit Topspeed zur Verfügung. Natürlich hilft das, sagt Rolfes angesichts der schon hohen und jetzt noch höher werdenden Belastung, deshalb wäre das das Jahr. Wir haben jetzt auf diesen Positionen mehr Möglichkeiten zu rotieren. Mehr Rotation, mehr Frische, und auch mehr Leistung, wie der Ex-Profi hofft, wieder zu den drei Winter zu gehen, dann merkt. Konkurrenz belebt das Geschicht. Stefan von Max-Büder zur Partie Bayern 04-Neverkusen, VB Stuttgart.